Willkommen im Jazz Club Hannover. Ich freue mich, dass wir bei Ihnen zu Hause zu Gast sein dürfen. Heute nehmen wir einen weiteren Ausschnitt aus einem Sofa-Konzert, das wir dank der Unterstützung von NR-City hier als letzte große Aktion produzieren konnten. Die Band von Jocelyn B. Smith war zu Gast. Bei ihr spielen noch Volker, Holly, Schlott, Saxophon, Flöte und Cajon und Kai Brückner Gitarre. Und aus diesem Konzert von Jocelyn kommt jetzt ein Stück, das sie getextet und komponiert hat, zusammen mit Volker Schlott, mit ihrem Saxophonisten also. Das Stück beginnt mit einem wirklich tollen, spannenden, groovenden Ostinado. Dann wird es locker funky und dazwischen gibt es Momente des Innehaltens, wenn man dem Text voll einen Staunen über diese Welt, wie schön sie ist. Sometimes. And sometimes the world is just a wonder. And sometimes there are things you just can't get over. And sometimes it takes a moment. And sometimes the world is just a wonder. And sometimes it just breaks my heart. Sometimes there are things that you just can't get over. And sometimes the world is just a wonder. And sometimes it takes a moment. 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 But yeah. And sometimes it just breaks my heart. And sometimes there are things that you just can't get over. And sometimes it takes a moment. Sometimes it shorter. But yeah. Musik 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.